Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen hier in der Redaktion der Coop-Zeitung in Basel. Diese Woche wartet eine dicke Überraschung in Ihrem Briefkasten. Es ist die erste Coop-Zeitung im ganz neuen Look. Wir haben frische Farben, frische Schriften und eine neue Struktur. Die Zeitung ist eleganter, klarer und moderner geworden. Aber keine Angst, Ihre Coop-Zeitung ist und bleibt Ihre Coop-Zeitung. Vieles aus der alten Coop-Zeitung finden Sie auch in der neuen Coop-Zeitung. Dann nehmen aber auch ein paar wirklich neue Rubriken. Z.B. unser Ratgeber dort beantwortet Ihnen Tierärzte, eine Erziehungsexpertin und ein Rechtsanwalt Ihre Fragen. Oder die Rubrik «Was macht eigentlich?», die wir wiederbelebt haben, in der ersten Folge mit Piero Esteriore, bekannt worden als Musicstar und dann als der Mann, der mit seinem Mercedes ins reine Pressehaus gedonnert ist. Leute, die früher mal in den Schlagzeilen gewesen sind, für Schlagzeilen gesorgt haben, was Sie heute machen, das lesen Sie ab dieser Woche, jede Woche in Ihrer Coop-Zeitung. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik, schreiben Sie mir. Sie erreichen mich per Mail unter silvan.grütter.coop.ch Ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und viel Spass mit Ihrer neuen Coop-Zeitung.